Bloß keine Show bieten, sondern einfach gewinnen, das die Devise von SCB-Trainer Guy Busche heute Abend. Einen Teil der Devise setzen die Berner sofort um, nämlich den, keine Show zu bieten. Das übernehmen die Lausanner. Leger, der Abpraller landet bei Hütternen. Und 1 zu 0, Torhüter Marco Bührer, schon nach 49 Sekunden geschlagen. Bernd versucht zu reagieren, doch aus dem Spiel gelingt das vorerst nicht. Dafür nach diesem Bulli Alain Berger an die Latte. Eigentlich hat Lozan das Spiel im Griff. Bernd findet kaum jeden Weg vor's Tor. Bis zu dieser verunglückten Befreiungsaktion direkt auf die Kelle von Connacker. Und der macht das Tor. 1 zu 1 nach einer guten Viertelstunde. 1 zu 1 auch das Resultat nach dem ersten Drittel, das wie angekündigt sehr vorsichtig angegangen wurde. Das zweite Drittel, Bernd mit Plus. Der schiesst, dann Moser mit dem Nachschuss und der Führung für den SCB. Cristobal Ue zum zweiten Mal geschlagen. Der hat es ja bei Lozan verlängert bis 2017. Wenige Möglichkeiten in diesem Spiel. Zu defensiv sind beide Mannschaften eingestellt. Lausanne hier ausnahmsweise mal im Angriff. John Gobbi doch mal eine echte Chance für Lausanne. Guy Busche nicht zufrieden mit seiner Mannschaft. Nimmt bei Spielhälfte ein Timeout. Und das scheint Wirkung zu zeigen. Bernd mit Connacker. Dann Helbling zu Untersander. 3 zu 1. Hier sehen sie es besser. Untersander aus der Distanz. Wieder sieht Cristobal Ue nicht viel. Und ist nach dem Gegentreffer ziemlich wütend. Das Schlussdrittel. Lozan in Überzahl. Die erste Strafe überhaupt in diesem Spiel. Das führt auch zu Chancenhütternen vor Marco Bührer. Und dann lässt sich Allenberger noch zu einem Stockschlag hinreißen. Hier sehen sie es. Lozan sogar für eine halbe Minute in doppelter Überzahl. Aber das bleibt alles sehr harmlos. Heinz Ehlers Mannschaft geht langsam die Zeit aus. Bessere Chancen hat Lozan bei 5 gegen 5. Pess Sonnen. Und hier ist Marco Bührer nun wirklich gefragt. Noch einmal ein Powerplay der Gastgeber. Wieder Pess Sonnen. Hat den Anschlusstreffer auf der Stockschaufel. Doch Bührer macht den Laden dicht. Die letzte Minute. Lozan ohne Torhüter. Bernds Blu an der Scheibe. Und an der Scheibe bleibt er, bis er ins leere Tor einschiessen kann. In einem ziemlich emotionslos geführten Spiel gewinnt der SC Bern mit 4 zu 1.